Ja, herzlich willkommen zu diesem Sondervideo anlässlich des Coronavirus. Ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen, bald wird alles geschlossen. Schulen gehen zu, per nächste Woche können nicht mehr in die Schule gehen. Arbeiten wird auch schwieriger. ÖV-Verkehr ist auch schwierig, eingeschränkt, also verzichtet darauf. So der Bundesrat heute an seiner Medienkonferenz. Deshalb sind Homeoffices gerade richtig im Trend. Wenn du also noch dein Büro, ein Homeoffice zu Hause optimieren, einrichten möchtest, ich helfe dir gerne dabei. Ich habe noch diverse Produkte direkt am Lager, die ich sofort liefern kann, damit du auch zu Hause gesund arbeiten kannst und keine Rücken-Schmerzen hast. Würde mich freuen, wenn du Fragen hast, stehe ich jederzeit für dich zur Verfügung. Bis dann, bis die Tage, Kommentare sind herzlich willkommen auf YouTube, Facebook, Instagram, wo auch immer, dass du mich gerade findest und siehst. Also, bis dann und alles Gute auf solergo.ch